Der Subaru Solterra, das erste rein Elektroauto von Subaru, hat mich in meinem Test richtig begeistert, muss ich sagen. Und auch wenn er so ganz unscheinbar aussieht, eigentlich der Solterra, und auch auf dem Datenblatt mit keinen Höchstleistungen glänzt, wie so manche andere Hersteller, so ist er ein wahrer Geheimtipp. Und ich sage euch heute, warum. Herzlich Willkommen beim Insta Driver. Ja, wir haben hier einen 4,69 Meter langen SUV, Mittelklasse SUV. Also Subaru hat genau in der Nische, wo derzeit am meisten Autos verkauft werden, ihr wisst ja, Tesla Model Y, das meistverkaufteste Auto 2023, genau für diese Nische hat Subaru auch ein Elektroauto gebaut. Und ja, klasse VW ID.4, auch Skoda Enyaq. Und Subaru hat aber folgendes Problem. Denn Subaru hat in der DNA stehen niedriger Schwerpunkt, Allradantrieb und optimale Gewichtsverteilung. Das sind Eigenschaften, die man unter Verbrennern sehr selten findet, bei den herkömmlichen Autos, aber plötzlich bei Elektroautos eigentlich überall. Die meisten bieten plötzlich Allradantrieb, die meisten haben durch die Batterie einen niedrigen Schwerpunkt und damit auch eine sehr gute Gewichtsverteilung. Und in dieser neuen Elektrozeit hat Subaru tatsächlich ein Problem. Denn sie müssen jetzt ihre Werte in das Elektrozeitalter transportieren, so dass es auch jeder versteht. Und ich habe es zuerst auch nicht verstanden, muss ich sagen, bis ich dieses Auto gefahren bin. Denn Subaru bringt nicht nur diese drei Attribute mit sich, sondern auch Fahrspaß, Fahrsicherheit und Dynamik. Und das merkt man bei dem Auto total. Ich bin eingestiegen und das Auto bewegt sich enorm, agil, ohne nachzuwanken. Also bei anderen Autos kennt man das oft, dass sie, wenn man schnelle dynamische Bewegungen macht, Seitwärtsbewegungen, Beschleunigungsbewegungen, dass das Auto immer ein wenig nachwankt. Das macht es Subaru nicht. Er ist enorm stabil. Er bleibt immer sehr berechenbar und immer sehr straff auf der Straße und das hat mir enorm gut gefallen. Auch im Offroad gibt es einen speziellen X-Drive-Modus, der uns einfach ermöglicht, das Auto selbst mit nur einem Rad frei alle anderen Räder durchdrehen, weil sie Matsch im Schnee stecken, das Auto zu befreien. Und das sind wirklich tolle Sachen. Ich habe hier einen YouTuber gesehen, der hat das auch getestet mit eigenen Rampen, wo dann diese Räder tatsächlich blockiert sind und einfach nur durchdrehen. Und so hat er es geschafft, mit dem rechten hinteren Rad sich zu befreien, nur mit einem Rad und mit dem linken vorderen. Mit dem linken vorderen Rad war es aber tatsächlich einfacher und schneller, da die Gewichtsverteilung so aussieht, wir haben hier vorne einen Elektromotor mit Steuereinheit, der doch einen höheren Aufbau hat als hinten. Der Elektromotor hinten, der liegt nämlich etwas flacher und dadurch ergibt sich einfach wahrscheinlich da vorne mehr Gewicht als hier hinten und daher haben wir mit den vorderen Rädern mehr Kraft dann, obwohl beide Achsen, also der vordere Elektromotor leistet 80 kW, der hintere Motor 80 kW, das sind 2x109 PS für insgesamt 219 PS, dann 218 PS Systemleistung und müsste eigentlich dieselbe Kraft sein. Aber dadurch, dass wir hier wahrscheinlich mehr Gewicht oben haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns mit den vorderen Rädern frei bekommen, größer als mit den hinteren, obwohl sie eigentlich immer sehr gut gegeben ist bei dem Auto. Also das hat mich schon sehr begeistert, ich habe hier im Wald jetzt schon ausprobiert, das Auto wirklich in Extremsituationen zu bringen und ich wäre mit dem normalen Standardmodus nicht mehr vom Fleck gekommen, weil alle Räder durchgedreht haben, weil es so steil war und so schräg, aber mit dem X-Drive Modus hat sich das Auto einfach vorgebahnt und bei dem X-Drive Modus arbeitet das Auto genauso mit den Bremsen, denn sobald ein Rad feststeckt, können wir einfach durch Traktion, immer wieder auch mit den Arbeiten von Bremsen, mit Seitnetzbewegungen, das Auto frei bekommen, wenn die Räder nämlich durchdrehen. Und das ist eine tolle Sache, das schafft der Subaru Solterra eigentlich richtig gut. So, schauen wir uns mal die Rückbank des Subaru Solterra an, der Sitz vorne ist auf mich eingestellt, beide hier und ihr könnt sehen, hier ist jede Menge Platz, also nach oben ist etwas weniger Platz hier, Kopfluft, aber für meine Größe 1,78 reicht das vollkommen aus, ich denke, hier können auch Leute bis über 1,90 hier hinten sitzen, also das ist ein großer Vorteil, also ihr seht, die Beinfreiheit ist gut, ich kann die Füße auch hier unten geben, also auch die Sitze sind nicht zu tief und auch hier hinten zieht sich das mit so ein bisschen nicht ganz so modernen Applikationen hier durch, aber es ist alles vorhanden, was man braucht und die Materialien sind durchaus robust, solide und ja, auch hochwertig, muss man sagen. Wir haben Isofix, schauen wir mal nach, hier Isofix, hier Isofix und vorne, jetzt habe ich kein Isofix gesehen, wir haben hier auch dieses Panorama-Glasdach, das aber, ich sehe, noch nicht ganz ausgereift ist, weil Subaru braucht hier immer noch einen Balken bezüglich der Stabilität des Autos wahrscheinlich, um einfach hier das nicht durchgehend machen zu können, obwohl das Glas hier, wie ihr seht, durchgehend ist. Also da, ja, ah, da gibt es noch eine Beleuchtung oder wie ist das? Also da frage ich mich dann, okay, wieso schaffen das andere Hersteller und Subaru noch nicht? Woran liegt das? Ist das wirklich ein Thema von Steifigkeit oder gibt es hier noch andere Sachen, die da bedeutend sind? Okay, auch diese Seiten, ein Kindertest immer, ah, das wird jene Menge aushalten hier, das hält jahrzehntelang Kids durch, ach, auf jeden Fall, das gefällt mir gut, also kann ich nur sagen, passt eigentlich alles hier hinten, gibt es auch eine Mittelkonsole, Durchreiche sehe ich, gerade gibt es keine, aber die Sitze lassen sich natürlich 60 zu 40 umlegen, aber das schauen wir uns jetzt im Kofferraum an. So, machen wir mal einen Blick auf den Kofferraum, der sich hier vollautomatisiert öffnet, aber auch wieder schließt und hier offenbaren sich bis zu 441 Liter Kofferraumvolumen, die riesig hier wirken, muss man sagen. Wir haben auch eine wunderschöne gerade Ladekante hier, sehr aufgeräumt, der Kofferraum mit auch einer Hutablage hier, die sich sehr gut integrieren lässt, die auch sehr schön ist, sehr hochwertig auch eingesetzt ist, da man sie hier super easy auch einfach rausnehmen kann, um dann die Sitze umzulegen und ihr seht, wir haben auch einen doppelten Boden, um einfach mehr Kofferraumvolumen hier einfach nochmal zu generieren. Der lässt sich auch wahrscheinlich komplett wegnehmen, dann haben wir nochmal etwas mehr durch die 2 cm Dicke hier und hier unten, hier ist natürlich auch noch Platz mal für ein Ladekabel im doppelten Boden, das finde ich schön. Wir werden jetzt mal die Sitze umlegen, 60 zu 40 lassen die umlegen. Hier an der Seite sehe ich gerade, hier befinden sich auch noch schöne Häken, die sich hier ausklappen lassen. Das finde ich auch toll, hier und auf der anderen Seite genauso. Das ist eine sehr schöne Applikation hier. So, dann setzen wir das mal wieder ein. Im Regelfall wäre das hier diese schöne gerade Ladekante immer bevorzugt und von hinten lassen sich die Sitze einfach auch sehr schön umlegen, 60 zu 40, wie ihr das seht. Und dann haben wir wesentlich mehr Kofferraumvolumen. So, machen wir mal einen Blick auf den Innenraum der Subaru Solterra. Und hier fühlt man sich sofort wohl, muss ich sagen, aber es ist ja auch nicht irgendetwas außergewöhnlich im Innenraum. Es sind alle Sachen gut verarbeitet. Hier ist mir ein wenig zu viel Klavierlack noch. Aber ihr seht schon, es ist prinzipiell gut verarbeitet, aber nichts außergewöhnlich im Innenraum. Wir haben sehr viele Knöpfe, das sehr vielen gefallen wird. Auch noch sehr viele physische Knöpfe hier, die wir betätigen können. Es gibt für alles ausreichend viele Knöpfe, das gefällt mir ganz gut. Auch dieser Art Tunnel da, der zum Lenkrad führt, der ist am Anfang gewöhnungsbedürftig, muss man sagen. Es hat mich auch gestört, dass dieses Instrumentendisplay hier so weit weg ist und man eigentlich dann Probleme hat, das Lenkrad hier über das Lenkrad zu sehen. Da muss man die richtige Sitzposition auch finden. Aber mit der Zeit ist es dann überhaupt auch kein Problem, wenn man mal diese Einstellung gefunden hat. Das Lenkrad und der Sitz lässt sich ja sehr schön individualisieren hier. Kommen wir mal zu den Displays. Wir haben zwei Displays, ein 7 Zoll großes Instrumentendisplay vor dem Fahrer, wo sich bemerkenswert viele Sachen einstellen lassen, direkt hier auf dem Display. Das heißt, wir brauchen unseren Blick gar nicht abwenden, um Assistenzsysteme, Spurhalter und vieles einzustellen und auch nachzusehen. Ich zeige euch das mal durch. Hier haben wir den Verbrauch, den wir uns anzeigen lassen können, auch zurücksetzen können. Wir haben hier auch den Autopiloten sozusagen, Tempomaten und den Spurhalteassistenten, den wir hier einstellen können und auch anzeigen lassen können. Dann haben wir hier Musik, aber auch viele Einstellungen zu den Assistenzsystemen. Ihr seht hier Totenwinkelwarner, dann Kollisionswarner, Notfallsbremsassistenten. Das lässt sich alles hier bereits ein- und ausstellen und das finde ich super, weil wir nicht extra hier in dieses Display auch noch herein müssen. Und wenn wir das hier wegklicken, lässt sich das auch schön in die Mitte transferieren hier mit allen wichtigen Einstellungen auf einen Blick. Und das finde ich eigentlich super gut gelungen. Schauen wir uns mal das 12,3 Zoll große Infotainment-Display an hier in der Mitte. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber es funktioniert solide, muss man sagen. Auch das Navi ist recht schnell, da war ich schon überrascht. Aber es gibt natürlich keine Ladeplanung hier von Subaru. Ich sitze auch gerade in der 2023er-Variante, muss ich euch noch dazu sagen. Hier gibt es auch nur einphasiges Laden, aber ab 2024 wird das drastisch besser. Hier gibt es dann dreiphasiges Laden, also endlich 11 kW am Wechselstrom. Yeah, okay. Ja, hier kann man auch Telefoneinstellungen. Wir haben Apple CarPlay und Android Auto hier dazu, auch kabellos. Das finde ich natürlich super. Und dann haben wir hier viele Einstellungen, die wir hier treffen können, auch noch dazu. Also mir ist hier weder irgendwas sehr, sehr positiv aufgefallen, aber auch nicht sehr, sehr negativ. Es ist eine gute Mittelklasse hier, die auch geliefert wird. Mit jeder Menge Knöpfe hier an der Seite fand ich zuerst ein bisschen, ja, altmodisch, muss ich sagen. Wenn wir hier die Sitzheizung anstehen, dann sind es solche alten LED-Leuchten oder was das auch ist. Das kennt man hier von modernen Elektroautos eigentlich nicht mehr. Aber hier finden wir das im Subaru noch, finde ich jetzt weder schlimm noch irgendwie außergewöhnlich gut. Ja, das mal zum Innenraum. Platz haben wir eigentlich sehr gut. Wir haben hier dank echter Elektro-Plattform, die sich ja mit dem BZ4 von Toyota teilt. Nur beim BZ4 ist der Unterschied, den gibt es auch nur mit Frontantrieb. Und den Subaru gibt es immer nur mit permanentem Allradantrieb. Das ist so der Unterschied. Also permanenter Allradantrieb habe ich extra nachgefragt, weil bei vielen Herstellern ist es ja so, dass sich zum Beispiel beim Kia EV6 lässt sich ja der hintere, oder Ioniq 5, lässt sich ja der hintere Elektromotor, oder der vordere ist es, lässt sich abkoppeln, ich glaube der hintere ist es, damit wir auch, wenn wir verbrauchsarm fahren wollen, einfach nur ein Elektromotor fährt. Das geht beim Subaru nicht. Beide sind PSM-Motoren, also permanenterregte Synchronmaschinen, die sich nicht abkoppeln lassen, also beide sind immer aktiv. Das äußert sich natürlich etwas auf den Verbrauch und die Reichweite. Wir haben 460 Kilometer, um die 460 Kilometer LTP-Reichweite in der einen Variante, in der anderen Variante. Obwohl wir den gleichen Akku haben, haben wir nur 416 Kilometer Reichweite. Und ja, das dazu ist sowohl ein Vorteil, als auch ein Nachteil. Der Vorteil wäre zum Beispiel der Sicherheitsaspekt, dass wir einfach sagen, okay, mit permanentem Allrad sind wir auch auf der Autobahn, wo wir ihn jetzt per se nicht unbedingt brauchen würden, aber generell einfach sicher unterwegs. Bei schlechten Verhältnissen, wie Regen, Aquaplaning und so, ist es immer besser. Wir haben Allradantrieb als natürlich Frontantrieb oder auch nur den Heckantrieb sozusagen. Ja, das zum Innenraum. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zum Soltera hier sagt im Innenraum. Ob euch irgendwas besonders aufgefallen ist oder also positiv und auch negativ. Wir fahren jetzt eine kleine Runde und ich zeige euch, wie sich das Auto so fährt. So, dann starten wir mal los. Wir haben hier diesen schönen Wahlhebel, den wir runterdrücken müssen und dann einmal nach rechts auf Drive. Und dann geht es auch schon los. Jetzt mal hier gleich mal die Beschleunigung probieren. Ja, die 218 PS, die drücken aber ganz schön. Also, das geht schneller als bei anderen Elektroautos mit 218 PS. Spannend. Er fährt sich auch so ruhig. Wow. Wir machen mal hier jetzt die Fenster zu. Aber das ist mir vorher schon aufgefallen, dieses Auto fährt sich enorm laufruig. Übersicht des Fahrzeugs ist auch ganz gut, sowohl nach hinten als auch nach vorne und an die Seite raus. Und jetzt geht es los. Ups, da. So. Schauen wir mal. Also, diese Laufruhe, die fällt einem sofort auf. Und auch, wie schön dieses Auto abdämpft. Schlaglöcher und unebene Straßen. Also, da nimmt man mal wirklich schön was mit und bleibt trotzdem enorm komfortabel. Und das trotzdem, obwohl das Auto sehr schön sich dynamisch bewegen lässt. Also, ich habe vorher probiert, sehr schnelle, ruckarte Bewegungen, Ausweichmanöver. Aber das geht mit dem Solterra, ohne dass er nachwankt, ohne dass er sich irgendwie ungünstig und unangenehm bewegt. Das Auto bleibt stabil, das bleibt unter Kontrolle und das gefällt mir wirklich sehr gut. Also, das hat Subaru wirklich gut gemacht bei dem Auto. Schauen wir uns jetzt einmal aber die klassischen Elektroauto-Themen an. Rekuperation. Wir haben hier auf der Seite Schaltwippen, wo wir die Rekuperation in der Stärke verstellen können. Rechts ist weniger Rekuperation, links ist stärker Rekuperation. Wir haben insgesamt vier verschiedene Stufen, die sich hier eins, zwei, drei, vier verschiedene Stufen einstellen lassen. Und ja, die könnten etwas stärker gehen. Also, selbst die stärkste Stufe ist mir noch etwas zu wenig Rekuperation. Aber es gibt auch dieses Art One-Pedal-Drive, wobei es nicht ganz One-Pedal-Drive ist, weil es nicht ganz bis zum Stillstand stehen bleibt. Wir haben hier auch noch die Hold-Funktion. Ich probiere jetzt mal beides aus. Dann lässt sich das Auto erst mit dem Betätigen des Strompedals wirklich fortrollen. Und jetzt probieren wir mal aus, dass er wirklich bis zum Stillstand stehen bleibt. So, wir bremsen uns jetzt hier mal an. Ja, er bleibt wirklich, er wird sehr, sehr langsam. Aber bis zum Stillstand gibt es hier nichts. Beim Solterra müssen wir die Bremse noch betätigen. So, Returgang. Die Kameras, die sind mir enorm positiv aufgefallen. Denn auch dieser Modus, der im X-Drive besonders wichtig ist, denn wenn wir auf X-Drive schalten, so, was ist jetzt hier los? Prüfung, die Umgebung, ja. Ich schalte das mal so ein. Und im X-Drive-Modus, und seht mal hier, hier wird der Untergrund nämlich, also das Auto wird durchsichtig. Und ich sehe genau, was unter meinem Auto ist. Und ihr fragt mich jetzt, ja, toll, Matthias, aber wozu brauche ich das? Im Offroad. Für Offroad ist das ideal. Wenn wir hier sehen, was unter uns befindet, das ist einfach fantastisch. Finde ich richtig gut. Die Kameras sind auch hochauflösend, die hängen nicht. Also da hat Subaru wirklich einen guten Job gemacht. So, was wir uns noch anschauen können, ist natürlich der Wendekreis. Ich probiere jetzt hier mal zu wenden. 12,5 Meter, glaube ich, soll der Wendekreis sein. Also nicht allzu gut, aber auch gar nicht schlecht. So, und jetzt geht's los. Wendekreis hier mal auf der Straße. Ja, es geht sich sogar aus, dass wir hier ohne reversieren, einmal auf der Straße umdrehen. Ist ganz in Ordnung. Wie gesagt, kein fantastischer Wendekreis, aber auch gar nicht schlecht. Right turn coming up. Then right turn. Das Navi, das schalte ich jetzt wieder aus, weil das hat hier keinen Sinn. Ich finde auch wirklich schade, dass es keine Ladeplanung hier gibt. Und das ist natürlich immer etwas nachteilig, wenn man ein Elektroauto bewegt und dann auf längeren Strecken unterwegs sein muss. Auch die Reichweite ist nicht besonders stark beim Solterra. Wir haben 460 Kilometer in etwa bei der Variante mit den 18 Zoll Rädern und wir haben 416 Kilometer bei der schwereren Variante. Die wiegt ein bisschen mehr und hat dann auch noch 20 Zoll Räder. Kostet dann ein etwas Aufpreis und man hat ein bisschen weniger Reichweite. Beide haben dieselbe Akkugröße, 64 Kilowattstunden, 71,5 Kilowattstunden brutto, also 64 Kilowattstunden rein davon nutzbar. Ja, auch die Ladeleistung, die ist also in der Variante eine Katastrophe. Einphasig am Wechselstrom geht gar nicht, aber es gibt die 2024er Variante, die müsst ihr euch unbedingt dann ansehen, weil die kommt ganz normal mit dreiphasigem Laden. Am Wechselstrom bedeutet 11 kW. Und am Schnellstrom, also am Schnelllader, jetzt sage ich schon Supercharger, ah, dieser ganze Name, am Ioniq Hypercharger zum Beispiel, da geht es dann mit 150 kW voran. Wir haben den Ladeanschluss übrigens links vorne, also er ist nicht wie bei den meisten Autos hinten, sondern vorne und zwar auf der linken Seite hier vorne. Wir haben Typ 2 natürlich, europäischer Standard, sowohl CCS, also wir haben CCS, muss man eigentlich sagen, also europäischer Standard mit auch Typ 2, sowohl Schnellladen, als auch langsames Laden am Wechselstrom. Geräuschkulisse ist fantastisch in dem Auto, gibt es gar nichts zu sagen, es ist sehr leise hier in dem Auto. Auch das Sitzvergnügen, muss man schon tatsächlich sagen hier, ist phänomenal. Man sitzt sehr gut, das Auto fährt sich enorm laufruhig. Also das Fahrgefühl ist eines der besten Dinge an diesem Solterra, muss ich sagen. Das ist wirklich herausragend. Wie sich das Auto fährt, ist wirklich herausragend. Eine Sache gibt es noch, und zwar die Fahrmodi, muss ich euch zeigen. Hier haben wir nämlich die Auswahl zwischen den herkömmlichen Fahrmodi, sprich Eco und Sportmodus, hier als Power und Eco beziffert oder betitelt. Und dann haben wir drunter noch den X-Mode und der ist für Offroad und der kann wirklich was. Das ist nicht nur einfach so ein Show-off, den Subaru hier macht, denn ich habe es tatsächlich getestet und es hat ein wesentlicher Untergeschiet gemacht, selbst wenn ein Rad in der Luft war und eigentlich keinen Grip hatte. Und wenn wir das hier betätigen, haben wir zwei verschiedene Modus. Der X-Mode Normal ist der erste, ist für Schnee und Schotter und wenn wir nochmal drauf drücken, ist dann sogar tiefer Schnee und Matsch für wirklich das Gelände, wo die Räder nur noch durchdrehen. Hilft dieser Modus tatsächlich sehr und hat mich sehr überrascht hier im Subaru. So, machen wir mal einen Blick auf das Fazit des Subaru Solterra. Ich finde den Namen ja schon sehr schön. Es besetzt sich ja aus dem lateinischen Begriff Sol und Terra zusammen, also Sol wie die Sonne und Terra wie die Erde. Also zwei nachhaltige Themen, Sonne und Erde, die sich hier im Solterra vereinen. Und das gefällt mir. Was mir auch gefällt am Solterra ist auf jeden Fall seine Verlässlichkeit und dass er in anspruchsvollen Situationen eigentlich sehr zuverlässig ist. Gerade wenn man auch geländegängig ist, dann schafft das Auto einen wirklich zu befreien, obwohl man nur ein Rad hat mit Grip. Und das finde ich schon sehr, sehr toll am Solterra. Auch das Fahrgefühl lässt sich sehr positiv hervorheben. Finde ich eine Besonderheit. Es fährt sich richtig schön, das Auto. Es ist so leise, so laufruhig. Das kennt man nicht von allen Elektroautos. Auch das Wankverhalten ist nicht vorhanden. Das Auto ist stabil, agil, dynamisch auf der Straße. Es macht richtig Spaß, das Auto dynamisch auch zu bewegen. Obwohl es gleichzeitig sehr komfortabel ist, sprich Schlaglöcher, unebene Straßen, dämpft das Auto extrem schön weg. Also diese Spreizung zwischen Dynamik und Komfort schafft das Solterra richtig gut. Bevor wir zu den Nachteilen kommen und ihr euch überlegt, ob ihr ein Elektroauto kaufen oder leasen wollt, schaut euch unbedingt mal das Insta-Driver E-Auto-Abo an. Da habt ihr nämlich zu einem Preis alles inklusive und auch keine Sorgen mit dem Restwert des Elektroautos, der ja enorm sinken kann, aber auch nicht mit dem Akku, dem teuersten Bauteil des Elektroautos. Unter diesem Link schaut mal rein, da findet ihr jede Menge tolle Elektroautos zu Abo-Preisen, wo bereits alles inkludiert ist, außer das Stromladen. Das müsst ihr nur noch selber machen. Also das lohnt sich mal wirklich, einen Blick dahin zu werfen. Ja, was sind so die Nachteile? Man muss sagen, wenn man das Auto zuerst mal auf dem Datenblatt sieht, dann denkt man sich schon, okay, so besonders ist das jetzt nicht. Trotzdem hat mich die Fahrdynamik und dann auch die Beschleunigung und das Ansprechverhalten des Autos richtig überzeugt. Aber Ladeleistung natürlich in der Variante, 2023 einphasig, das geht meines Erachtens schon gar nicht mehr. Zum Glück kommt 2024 die nächste Variante, wo es dann auch dreiphasiges Laden mit 11 kW gibt und da bin ich schon sehr, sehr froh. Ansonsten 150 kW Schnellladen ist ganz in Ordnung, super Durchschnittswert. Im Interieur, im Infotemensystem sehe ich eigentlich die größten Schwachstellen. Es gibt keine Ladeplanung und ja, es wirkt ein wenig altmodisch im Interieur, muss ich sagen. Also das können andere Hersteller etwas besser, dass es hier einfach moderner wirkt und hier im neuen Zeitalter schon angekommen. Subaru verbindet hier natürlich sehr alte Werte mit den neuen Werten jetzt und sie versuchen hier auch ihr Bestes, was sie gut umgesetzt haben. Aber wer auf Optik und Modernität, gerade im Interieur, Wert legt, der wird mit dem Solterra vielleicht nicht ganz zufrieden sein. Wer aber auf Sicherheit, Verlässlichkeit und alte Werte sozusagen Wert legt, der sollte sich den Solterra mal unbedingt ansehen, ihn mal Probe fahren und vielleicht ist er dann genauso überzeugt wie ich, der sagt, okay, er fährt sich nämlich richtig fantastisch und teilweise besser als andere Elektroautos. Ja, das war mein Fazit zum Subaru Solterra. Schaut gerne beim Insta-Driver weiter rein. Für jedes Kommentar, auch unter diesem Video, verlosen wir am Freitag in unseren News eines unserer tollen Amazon-Produkte. Das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Ansonsten gibt es ja hier jede Menge tolle Faktenchecks. Es gibt Autobahnreichweitentests. Es gibt unsere Specials, wie unser tolles Drag Race, was zeigt, was die Technologie der Elektroautos hier so vollbringt und wie sie auch die Technologie der Verbrenner mittlerweile in den Schatten stellen. Das Video verlinke ich euch auch noch mal hier am Ende oder hier an der Seite wird es dann sein. Und das müsst ihr euch mal auch unbedingt reinschauen. Reinziehen wollte ich jetzt sagen. Da wäre ich schon wieder emotional. Genauso wie in diesem Video. Ja, ansonsten gibt es nur noch eines zu sagen. Schaltet ein beim nächsten Video vom Insta-Driver. Fahrt elektrisch und lebt das Leben. Ahoi!